Kannst du noch mal gucken? Ja, die stehen vor dem Tor Haben sie die schon gesehen? Ja, vorher doch, ja Ja, die haben mich auch gesehen Ich bin nur zu doof zum Gegenfeuern Ja Du solltest eigentlich nur gucken, irgendwie Ja Dafür schießen wir ihm jetzt alle von hinten das Bein ab Nee, schon beschädigt, das passt Weil ich will gleich auf die draufdrücken Wenn die reingehen, will ich auf sie draufdrücken Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hierher kommen Ach ja Sag, die stehen da im Halbkreis um Delta 5 rum Auf Schlussposition Und zwar draußen Naja Ich habe jetzt überlegt, ob ich rausgehe Nee, das überlebst du nicht Auf was schießt ihr da? Auf die Rauchfahne von Angry Ja, das ist doch die Scheiße, was soll das? Ja, auch schon oder was? Mhm Dann gehe ich mal runter Das sind jetzt keine Pucks Da kommt was hoch Seismix Auf der Ecke Delta 4, hier links am Berg Jö 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 Ich habe keine Da feindliche Jö 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 Airstrike gesetzt Ist so weit für mich, mach dir weg Alter, wer schießt da? SRM, bitte Köffer Ja, aber direkt runter schießt Okay, Bravo Sind da massiert, also sind alle Strikes Nehmen Bravo raus Delta Echo Catafact Echo muss fallen Sauber Da hinter, Charlie Wir müssen decken gehen, sorry Charlie, Thunderbolt Linke Flacke schießt auf Kilo Oben drauf, Alpha Strikes nicht vergessen Kilo Hinter uns Ja, in unserer Flanke steht da hinten einer Puls Einer außer mir noch, der sich darum kümmert Foxford, ausschalten Schon dabei Hört ihr mich hier noch? Nimm die Arme weg, dass er nichts machen kann Hört ihr mich? Bleibt stehen, bleibt stehen, India Delta Delta Delta, rechte Flanke Gut Ja, hör mal Ja, wir hören dich, Wilbur Wachtung, Atlas kommt Ich will drücken Markus kommt zurück Ich bin leer und stumpf Ja, nur noch einen Eisjag hat da auf Alpha auf den Quicktower So, alle vorrücken, alle vorrücken, rechte Hand Hotel, sauber Jetzt Lima, Atlas Alpha Quicktower Drauf drücken jetzt, drauf drücken, wir pushen die jetzt weg Go, 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 go Auf weg Respawn zwischen die Tore Juliet noch Sauber, so Ähm, alle jetzt mit mir raus, die hier noch von der ersten Welle übrig sind, der Respawn bitte zu Omega direkt Wohin, wohin, wohin Rechts raus Delta 5, Delta 6 Oben auf den Berg und dann Snipern oder dort? Nee, 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 ich will hier, die sammeln sich da Auf Mike, Mike, drauf drücken Fullspeed Mal peaken UAV Also Delta 6, das Tal ist sauber Ich bin nur versichert, Nel in sie, Nel in sie, katafrakt Schulter So, weiter drücken, weiter rücken Auf Omega UAV, bitte Kommt, Jungs, kommt, kommt nach Wo seid ihr? Komm links, über den Berg S.A.M Fullpane ist da hinten Wieder UAV Kommt, Leute, kommt, hier um die Ecke auf Omega raus, drauf drücken Der ist da ziemlich alleine Wir haben viel LRMs und Scheiß-Trick dabei und Brawl-Bills Delta 6, ganz viele, Delta 6, ganz viele in unserem Rücken Ich habe, Richard, nee, ist ein Marauder Richard Ich will, dass die Max jetzt, und ich will unsere Max verheizen Aber ich will noch Max von denen rausnehmen Roger, verstanden Hinter uns drei Kontakte Hinter uns kommen sie rein, wir müssen jetzt fallen Los, drückt, Leute, drückt, drückt, drückt Papa, Center Da ist fast nichts mehr zum Drücken Omega, Top Dog So schwer beschädigend wie es geht Was brauchst du jetzt? Nehmt Brawler Nehmt Brawler Und dann direkt zu Omega Die können garantiert nicht da von Snipern Oh, schweres ein In zwei Reihen oder alle in der einen Reihe? Ich will gleich wieder auf die draufdrücken. Haben wir jetzt alle Brawler? Rechts! Rechts! Drück drauf! Drück direkt drauf! Wir versuchen uns da zum Gehen. Ja! Überwie gesetzt. Da sind sie! Und wie! Los! Direkt draufdrücken! Auf! Nicht warten! Wer steht hier noch? Was kommt Jungs? Ziele! Richard! Uniform down! Den Jäger! Viktor! Tor! Ach Mann ey! Weiter drauf! Weiter drauf! Roten Mike! Black Deck! X-Ray bitte! X-Ray ja! X-Ray ja! Und raus pushen! Pushed raus! Entauts ist noch was! Foxtort 3! Unser! Ja kümmert euch toll! Sauber! Weiter zum Tor! Weiter zum Tor! Tango! Slow! 1... Oh, okay. Zauber! Wir drücken wieder raus! Wo Dean? Wir drücken wieder raus! Und zwar Richtung... Foxtort 6... Wolf 7. Da ist ne UAV über euch Auch mit den frischen Mags Seid ihr noch fresh? Ich bin 70% Ja ok, dann lasst nur die Angeschlagenen bitte Richtung Spawnpunkt der rechten Lanze Ich hab nur ein Bein, das dauert ne Weile Wollen die anderen sich gleich mal beim anderen Gate sammeln, dass die da nicht reinkommen? Ist egal, stellt euch wieder bei Omega auf Ja Omega Target acquired Wolfgang, komm! Du bist alleine Schaut an Hol den Quicklore da, Alpha Das sind 3 mags Nehmt nach Möglichkeit wieder ein Drauler Nehmt nach Möglichkeit wieder ein Drauler Schau mal da vorne weg, Markus Ja ja, geh zurück Wenn die jetzt rauskommen, dann bist du tot Egal wie lange man irgendwo steht, es findet sich immer jemand, der sich voreinstellt Ich hab den rechten Durchgang bei Foxtrot 4 im Auge Das ist super Das ist super Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, rechts raus, rechts raus, rechts raus, Richtung Echo 3 Die wissen, dass wir hier stehen, die haben uns gesehen Der Echo 5 steht noch ein Scout Und Ja, der war das Soll ich mich oben drauf pieken oder alles sein lassen? Mensch Sie müssen kommen Was ist das? Wo kannst du von draus hinsehen, irgendwie? Ein bissel bis zur Wand nach Delta 4 sehen, aber ich sehe nicht, wenn da was reinkommt Die kommen rein zum rechten Tor jetzt Gehen Richtung Mitte zunächst Mhm Also ich sehe hier gar nichts Warte mal, warte mal Die gehen Richtung mittleren Weg Ja Ja, die gehen zur Mitte, das sind Echo 5 Echo 5 Richtung Omega Wir gehen außen rum Außen rum Fox 4 Hier Strikes da rein Reicht sie auf mit Strikes Vorne Geht fast langsamer Aber äh, circlen oder? Ja ja, circlen, ich will über Echo 5 rein Da ist noch was außerhalb vom Gate Wir pushen raus Kommen in unsere Richtung, jetzt massiert Fox 4 Und raus, lauft raus Wo ist hier was? Ne, da ist nicht mehr Das war nur der Eier Wir sehen uns dann durch bei der Blackjack In unserem Rücken sind sie jetzt Ok, Richtung Echo 5, Richtung Fox 4 Wir stehen stehen bleiben Leute, die machen uns weg, Vollgas durch Ja Wenn wir stehen bleiben sind wir tot Nächster Golf Draufdrücken, Draufdrücken Ich kreuze YoWi um Lauft nicht direkt drauf zu So, umdrehen Umdrehen, umdrehen, umdrehen Umdrehen, umdrehen Und rauf Und rauf Hotel, Heavy Metal Center Ja, komm mal Und weiter drauf Charlie Charlie, Battlemaster Linker Flank auf Bravo Bounty Hunter Bounty Hunter Jetzt Center total durch Das Friendly Fire ist schon echt Pornolöser Ja, ist der Hammer Ja, ist richtig Ähm, Delta Die haben ihren ersten Auswahl Die haben ihren ersten Auswahl Wieder Brawler Ich krieg's den Rücken hier Äh Hinter uns ist Was Hinter uns ist EinMaggie Hinter uns ist einzewajig Hinter uns Lima Thunderboard Frisch So machten die alle weg? Echo 3, Echo 2, nicht zu weit nach vorne da mit dem Respawn jetzt Wir haben einen Vorsprung an Max, ich möchte nicht, dass wir den verlieren Wir haben einen Permatoten Ich weiß Deswegen bin ich ja auch am Anfang gleich rausgepusht Es sind noch 3 Mester am rechten Tor Ich bin jetzt auf Omega, würde ich sagen Vermutlich Da außen läuft was rum beim rechten Tor Lasst uns mal jetzt Richtung Omega ziehen, wer schon hier ist Wir sind genug 3 Max war da noch, hast du gesagt Ja, aber die sind schon weg, die sind raus oder so Aber alles in Position Und die sind noch Nämlich Schrott, ja Jedenmal hab ich noch 3 Large Pulse in den Arsch verpasst, also sollte Nicht schwer sein Hier Omega ist sauber Wir sammeln uns hier Echo 4 Da ist es fast, FOX-D4 Jo, ich leg mal nicht hier wieder Boah, ein kleiner Macht weg Lights, Lights, Sir Ja, da kommen alle Light Rush Okay, Papa zuerst, und rein ÖDD mit Lights Team Brawler Ja, jetzt ist es ausgepunischt Ich mal nicht weglotsen, Wilburg Soll ich jetzt auch re-enforcen? Wenn ihr down gehen solltet Man muss C-Lan sagen, ich bin down Richard Richard Rückkammer drauf Down wunderbar Vielleicht haben wir noch einen MC Waxern, ist der tot oder nicht? Ich bin an Forster, ich keine Ahnung Existier ist Charlie Ich hol mir die kleine Drecksratte Wo ist das? Sigma, Sigma Torrücken Torrücken Tango, kann man auch rausnehmen Zwei noch Alpha bitte Einer noch Könnte der Firestarter sein Ja, hinten ist einer rumgerannt Ich glaube es ist einer gekommen Nee, den haben wir gekillt War es ein Locust? War es ein Firestarter? War das gefistet War das gefistet Ob da war ein Locust, ein Pirates Bay Ja, ich glaube da auch, dass da ein Locust hinten rum ist Ja, einer müsste noch Ne, den Locust